Die Kinn bleiben aber jetzt noch bei der Entscheidung dieses Semifinalspiels auf Sendung. Und im Anschluss daran, an dieses Semifinale, geht es dann nach Atzendorf. Aber schauen Sie sich diesen Ball an! Das ist was für Tischtennis-Gourmets. Das sieht man auch. Sehr schön. Oh, Polakos! Oh! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was hört ihr überhaupt nicht? Kann man nicht! Malong gewinnt! Und wie ist Sieger aus Tschernopen? 2011 in Schächert und die neue Nummer 1 in der Tischtennis-Weltraumliste. Malong aus China gewinnt gegen Can Chieke, den Weltmeister. Mit 11 zu 3, 5 zu 11, 11 zu 8, 6 zu 11, 11 zu 9, 4 zu 11 und 15 zu 13.